Ich provoziere ihn durch ihn, und er dreht durch ihn, inmitten von Afrika, mitten von Afrika. Ich habe gesprochen, ob es einen speziellen Dresscode gibt, weil mein Kleid schwarz ist. Because I love schwarz. Hast du das jetzt? Ich dachte, mein Stuhl ist kaputt. Yay! Ich bin Akpirat! Hello there! Martin! Ah! 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 Okay. Ich bin mal ganz kurz. GG! Ich könnte gleich so auslasten, ne? Yo! Eins, zwei, drei. Könnt ihr jetzt bitte aufhören? Ja, ihr seid alle noch nicht drinnen, und Vibes ist auch noch nicht drinnen. Und ich bin auch dabei. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Und ich bin auch dabei, und ne paar, ähm, ein paar geile F*** sind auch dabei. Ich hab letzte Nacht ein Flappy-Swerby-Höchstpunktzahl gebrochen! Was hast du? Was hast du? Ich bring dich gleich um, Alter! Ich bring dich gleich um, du kleiner Ba- Oh! Es entwickelt sich! Archi bald entwickelt sich! Archi bald entwickelt sich! Oh mein Gott! Er wird ein Batzen! Er wird ein Batzen! Aaaaaaah! Ich bin doch immer so einer, ich muss doch wie gerne sowas nicht lachen. Ein paar Minuten später. Aaaaaaah! 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 Oh, ist das geil! Oh mein Gott, war das jetzt sexy! Muss man schon mal sagen, Alter! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Vielen Dank.